Hier einmal ein kleiner Dating-Coach-Zaubertrick. Stell der Frau eine Frage und schau auf ihre Antwort. Und je nachdem, wie sie dir antwortet, kannst du dich nie wieder bei ihr melden, weil die ist komplett beziehungsunfähig und solltest niemals im Leben etwas Ernstes mit ihr anfangen. Oder aber du stellst fest, ey, da könnte Potenzial sein. Und dann suchst du sie dir als potenzielle Partnerin aus für eine Beziehung. Okay, die magische Frage, bei der 99% der Frauen da draußen, die rumlaufen, durchfallen werden, lautet? Erstmal Spannung aufbauen. Die magische Frage lautet, und sag mal, wenn du in einer Beziehung wärst, was brauchst du von einem Mann? Warum brauchst du einen Mann an deiner Seite? Und jetzt kannst du dir denken, werden die meisten Frauen antworten, wie, du wagst es zu sagen, dass ich einen Mann brauche? Wer braucht denn Männer? Ich bin eine emanzipierte, starke Frau. Ich bin auch als Single glücklich und ich brauche keinen Mann an meiner Seite. Das ist ja, ich bin kein kleiner Teenie mehr, brauche ich nicht. Ich bin keine schwache und bedürftige Frau. Also so eine richtig trotzige, stolze Reaktion, wie sie im Bilderbuch steht. Wenn dir eine Frau sowas antwortet, dann nimm die Beine in die Hand und lauf. Das soll nicht die Mutter deiner Kinder werden. Bitte, tu das deinen zukünftigen, ungeborenen Kindern nicht an, so eine Mutter zu haben. Tu dir selber so eine Beziehung nicht an. Du kannst mit so einer kindischen und undifferenzierten Einstellung keine Beziehung führen. Das beruht übrigens auf Gegenseitigkeit. Es gibt da draußen auch Männer, das sind meistens die Männer, die ohne jeglichen Sarkasmus das Wort Alpha und Beta und was weiß ich was noch benutzen. Die haben auch oft so eine ganz schwarz-weiße, abgefuckte Einstellung von wegen, ich brauche keine Frauen im Leben. Ich fokussiere mich nur auf mich selbst und wer eine Frau braucht, der ist ein Beta. Der ist so ein bedürftiger Loser. Ja, ich bin alleine, ich bin gerne alleine. Ja, es gibt auch Männer, die so denken und so kannst du keine Beziehung führen. Das ist einfach so eine richtig, so eine kindische, schwarz-weiße Einstellung, mit der halt die meisten Männer und auch Frauen durchs Leben laufen. Wir können auch ganz einfach klassifizieren, warum Leute so eine Einstellung haben. Wenn Männer zum Beispiel so rumlaufen, dann liegt es daran, dass sie irgendwann mal von irgendeiner Frau abgewiesen, verletzt, abgelehnt wurden. Das hat sie zutiefst getroffen und dann haben sie sich so einen Schutzwall aufgebaut. Also es ist wie Leute, die mal versucht haben, irgendwie reich zu werden und die sind dann auf die Schnauze gefallen, haben kein Geld, sind broke und dann entwickeln sie solche Einstellungen wie Geld ist die Wurzeln übels, ich brauche kein Geld, um glücklich zu sein. Also dieser ganze Schwachsinn, wollen eigentlich Geld haben, aber weil sie zu stolz sind, um zu sagen, ey, ich bin ein finanzieller Versager, ich habe es nicht geschafft, mein Ziel zu erreichen, sagen die ja Geld, wer braucht das denn? Und so ist das eben auch im Dating. Es sind immer die Männer, die sehr verbittert und erfolglos sind, die sagen, ich brauche keine Frauen im Leben. Ich lese das ganz oft so in den Kommentaren bei YouTube, da ist das am allerschlimmsten, Mann. Lies dir mal die Kommentare durch, da sind immer diese verbitterten, einsamen Mönche, die irgendwann mal ihr Datingleben komplett verschissen haben und anstatt das Ganze anzugehen und zuzugeben, ey, ich bin eine Fluppe, was dieses ganze Thema angeht, ich bin nicht gut mit Frauen, sagen sie, ja, wer braucht denn Frauen, die sind eher anstrengend, ich bin ein glücklicher Dauersingle. Ja, alles klar. Ich hoffe, du weinst dich nicht zu sehr in den Schlaf. Ja, wenn du Hilfe brauchst, dann komm ruhig zu mir, aber werde erst mal diese kindische, stolze Trotzeinstellung los. So kannst du keine Beziehung führen. Und bei Frauen ist das ganz genauso. Wenn eine Frau zu stolz ist, zuzugeben, dass sie einen Mann an ihrer Seite benötigt, rate mal, wie sie dann in deiner Beziehung sein wird. Sie wird dich nicht wertschätzen in der Beziehung. Also wirklich gar nicht. Du kannst alles für sie tun. Du kannst dir alles in ihren hübschen kleinen Hintern stecken. Sie wird diese Leistung nicht anerkennen, weil sie ist in sozusagen eine Geschäftsbeziehung reingezwungen worden, auf die sie gar keinen Bock hat. Genau so musst du nämlich Beziehungen sehen, wie Geschäftsbeziehungen. Es ist ein Geben und Nehmen. Beide Parteien müssen genau gleich viel geben in die Beziehung. Nur wenn dieses Gleichgewicht aufrechterhalten wird und beide Partner auch zu schätzen wissen, was der andere reingibt, weil das gehört ja auch dazu, dann kann eine Beziehung funktionieren. Und ich berate ja auch Männer in existierenden Ehen, wie sie diese Ehen retten oder Männer, die aus Ehen schon längst raus sind, aus langen toxischen Beziehungen raus sind und wieder Fuß im Dating fassen. Und ich erlebe das da immer wieder, immer wieder das gleiche Muster. Diese Männer, die geben extrem viel. Die verdienen Geld, sind finanziell erfolgreich, bezahlen meistens Haus, Auto, alles. Also arbeiten sich wirklich den Arsch ab, um ihrer Partnerin und vielleicht auch Familie es gut gehen zu lassen. Aber die Frau, die sie sich ausgesucht haben, die weiß diese Leistung, dieses Abarbeiten des Vertrags nicht zu schätzen. Da ist das egal. Also wenn der Mann zu ihr kommen würde und sagen würde, ey, wieso machst du nichts für mich, außer jeden Tag mir Vorwürfe machen und Streit suchen. Und ich mache hier das Geld verdienen, ich kümmere mich darum, darum, darum. Und die wird dann sagen, ja, habe ich doch nicht verlangt. Ich bin eine impanzipierte Frau und ich brauche das alles gar nicht. Und so kannst du keine Beziehung führen. Das sind wirklich absolut toxische, kindische Frauen, sollst du alle aus deinem Leben rausschmeißen, wenn sie so denkt. Sie muss wertschätzen, was du leistest. Genauso musst du auch wertschätzen, was die Frau leistet. Zum Beispiel, ich führe eine sehr klassische, altmodische Beziehung ab auf den Scheiterhaufen mit mir. Ich habe heutzutage auch fast verboten, schon so eine Beziehung zu führen. Also so eine Beziehung, wie dein Oma und Opa es einmal geführt haben. Nur addiere zwei verliebte junge Teenies mit einer hohen Libido dazu. Und dann hast du so eine Beziehung, die sich jetzt nach bald sechs Jahren schon immer noch so anfühlt, als wären wir frisch verliebt. Wir beide haben unsere Rollen. Ich bringe die Brötchen nach Hause. Meine Freundin fährt einen hübschen Mercedes, hat zwei teure Pussys, eine mit skandinavischen Designermöbeln eingerichtete Wohnung und ganz viel Geld zum Ausgeben. Und was ich dafür erwarten kann, ist, wenn ich nach Hause komme, wirklich wunderbar schmeckendes, leckeres Essen, ganz viel Liebe, Zuneigung und einfach so einen warmen Hafen, wo ich mich nach der Arbeit zurückziehen kann, wenn ich mal gestresst bin. Und ich weiß diese Leistung auch zu schätzen. Wenn ich jetzt anfangen würde zu sagen, jo, das ist mir alles absolut nichts wert, dann wäre das auch nicht gut für die Beziehung. Also es sind beide Seiten der Medaille. Wenn meine Partnerin jetzt anfangen würde zu sagen, ey, mir ist eigentlich scheißegal hier, dass du Geld verdienst und mir finanziell einen guten Lebensstil ermöglichst. Und also auch wenn ich sagen würde, ich weiß deine Leistung nicht wertzuschätzen, dass du dich zum Beispiel bemühst, mir wirklich ein perfektes Zuhause zu bieten, dass ich wirklich entspannen kann, dann wäre die Beziehung relativ schnell am Arsch. Weil Dankbarkeit und Wertschätzung gehört dazu. Ohne kannst du keine Beziehung führen. Wenn ein Part aufhört, das andere wertzuschätzen, was der macht, ist es ganz schnell vorbei. Und jetzt könnte man eine Beziehungstherapie starten, jetzt könnte man mit deiner Partnerin oder Frau darüber reden, um diese noch so toxische Beziehung zu retten. Aber es funktioniert alles nicht, weil meistens liegt es daran, dass du dir die falsche Partnerin ausgesucht hast. Weil wenn eine Frau so eine respektlose, dumme, kindische Einstellung zum Thema Beziehungen hat, jo, brauche ich eigentlich gar nicht, ist mir alles scheißegal, dann wird sie halt bei jeder Kleinigkeit gehen. Sie wird dir Vorwürfe machen, sie wird Streit suchen, sie wird dich respektlos behandeln, weil du einfach nicht richtig qualifiziert hast. Die meisten Frauen sind einfach nicht gut für eine Beziehung. Punkt. Was anderes kann man nicht sagen. Es gibt da draußen Frauen, die sind richtig, richtig toll. Ja, die sind wie geschaffen dafür, dass du die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre eine perfekte Beziehung und später Ehe mit dir hast. Aber die meisten Frauen sind dafür einfach komplett ungeeignet. Weil wir befinden uns gesellschaftlich gerade auf dem Weg zum Gleichheitswahn. Das heißt, dass immer propagiert wird, Männer und Frauen sind gleich. Diese Rollenverteilung, wie ich das zum Beispiel in meiner Beziehung habe, die ist total scheiße und sexistisch und was weiß ich was noch. Und dann ist das Resultat daraus einfach irgendwelche minderwertigen, schlechten, toxischen Beziehungen, wo es nur Streit, wenig Sex und Liebe gibt. Brauchst dich nicht zu wundern, wenn du diesen Trend mitmachst. Ja, weil die Rolle von einer Frau und einem Mann in Beziehungen, und ich komme mir gerade so vor, als würde ich Bienchen und Blümchen erklären, die sind komplett unterschiedlich. Nur so kann eine Beziehung funktionieren. Wenn ihr beide genau die gleiche Rolle ausfüllt und auch die Beziehung im schlimmsten Fall nicht mal als so einen Geschäftsvertrag seht, wo beide eine Rolle zu erfüllen haben, dann ist es ganz schnell vorbei. Es ist wirklich fast unmöglich, so eine Beziehung zu führen, noch nie in meinem ganzen Leben gesehen. Ich habe schon über 2000 Männer beraten. Es geht nicht. Ich weiß, es ist unromantisch. Ja, du hast das von Hollywood anders gelernt. Das ist dein Bauchgefühl, Schmetterlinge im Bauch und es muss kribbeln und sich gut anfühlen und diese ganze schwurbelige Scheiße. Aber eine Beziehung ist einfach wie eine Geschäftspartnerschaft zu betrachten mit AGBs, mit Regeln. Ja, der eine Partner hat das zu leisten, der andere Partner hat das zu leisten. Es ist ein Geben und Nehmen. Und wenn dieses Geben und Nehmen einmal nicht mehr um Gleichgewicht ist, dann ist die Beziehung ganz schnell vorbei und einer von euch wird unzufrieden sein. Meistens ist das die Frau, die dann Schluss macht. Hat aber andere Gründe. Ja, ich könnte auch ein ganzes Video dazu aufnehmen, aber es ist halt eine andere Thematik. Und wir Männer haben halt eine andere Fortpflanzungsstrategie als Frauen. Frauen, die suchen sich immer den allerbesten Deal, den sie bekommen können. Und wenn sie mal hinterfragen, dass sie was Besseres bekommen können, dann bist du ganz schnell weg. Und wir Männer, wir vögeln basically alles, was nicht bei drei auf einem Baum ist und sind auch eher zufriedener, wenn wir mal mit einer Beziehung bestraft werden, die nicht ganz so toll läuft. Also lange Rede, kurzer Sinn. Wenn du nicht richtig aussortierst und wenn du dir irgendwelche Frauen ins Boot holst, die eine absolut beschissene Attitüde zum Thema Beziehungen haben, dann brauchst du dich nicht zu wundern, wieso deine Beziehungen nicht laufen. Wieso du nur ein Drama hast. Frauen, die dich respektlos behandeln, deine Grenzen überschreiten und dir fremdgehen im schlimmsten Fall oder dich halt irgendwie aus dem Nichts verlassen nach ein, zwei, drei Jahren. Weil was ist das für eine Einstellung? Wir kommen wieder zu dieser Frage am Anfang des Videos zurück. Was ist das für eine Einstellung? Ich brauche meinen Partner nicht. Hier wieder nicht schwarz-weiß sehen, bevor diese ganzen Alpha, Beta, Sigma, diese ganzen Freaks kommen. Du sollst ja nicht sagen, wenn diese Beziehung nicht läuft, dann sterbe ich. Ich brauche meine Frauen glücklich zu werden. Das ist damit nicht gemeint. Aber ich sage mal so, meine Partnerin befriedigt mich auf einem biologisch evolutionär bedingten Level. Wenn ich nach Hause komme, warmes Essen vor mir steht, ich mit Liebe und Zuneigung überhäuft werde, dann ist das einfach eine Sache, die irgendwo auch notwendig ist. Und du kannst jetzt den Mönch spielen und sagen, ich brauche keine Beziehungen. Ja, ich bin glücklich als Single und dich dann in den Schlaf weinen und glücklichen Pärchen neidisch hinterher gucken. Und du kannst halt sagen, ey, das ist eine Sache, die will ich auf jeden Fall haben. Zu 100 Prozent. Ich habe eine wirklich qualitativ gute Beziehung verdient und ich hole mir das auch. Aber wenn eine Frau mir nicht bereit ist, das zu geben, was ich ihr gebe, und wenn das nicht mehr im Gleichgewicht ist, wenn sie nicht meine Bedingungen bereit ist, zu erfüllen oder erfüllen kann, dann ziehe ich weiter und suche mir eine Frau, die es kann. Das ist die richtige Einstellung. Und das ist alles jetzt schön und gut, spannend und so, aber das, was du ja brauchst, um das umsetzen zu können, ist erstmal ein bisschen Auswahl. Weil ohne Auswahl kannst du nicht sagen, jo, Frau, deine Antworten auf meine Fragen gefallen mir nicht und deswegen ziehe ich weiter, wenn du irgendwie nur ein Date pro paar Monate hast. Das kannst du natürlich nicht bringen. Ja, dann musst du eher nehmen, das, was dir vor die Linse kommt oder du stirbst halt als ewiger Dauersingle. Deswegen ist Schritt 1 immer, attraktiv werden, flirten lernen, ein paar attraktive Eigenschaften aufbauen, die Frauen super gut finden und die dir auch im Alltag sehr, sehr stark helfen. Zum Beispiel bei deiner Karriere oder wenn es darum geht, anerkannt zu sein von anderen, respektiert zu werden, dich durchsetzen zu können und dadurch erstmal ganz viele Dates zu haben. Ja, dass Frauen überhaupt Bock auf eine Beziehung mit dir haben. Und dann bist du in dieser Rolle, dass du aussuchen kannst, dich nehme ich, dich nehme ich nicht, dich nehme ich nicht, dich, ja, weiß nicht, dir gebe ich vielleicht eine Chance. Das ist der erste Schritt. Sonst können wir viel rumlabern und wenn du mal dahin möchtest, dann musst du einfach diese ganzen Sachen lernen. Musst du flirten lernen, musst du ein paar Eigenschaften entwickeln. Weil wenn du aktuell keine Dates hast, dann liegt es nicht daran, dass du zu wenig Zeit hast oder sonst irgendwas. Das hat damit relativ wenig zu tun. Es liegt einfach nur daran, dass du einfach noch nicht attraktiv genug bei Frauen bist. Und das lässt sich ändern. Wenn du das ändern möchtest, dann klicke einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung. Da findest du Informationen zum sogenannten kostenlosen Beratungsgespräch. Lass dich einfach von uns kostenlos beraten. Dann schauen wir über deine Situation drüber und geben dir Feedback, was du als nächstes tun kannst, um viele Dates zu haben, im nächsten Schritt zu lernen, was für Frauen tun mir gut, was für Frauen tun mir nicht gut, dass du richtig aussortieren kannst und dann mit diesem Wissen wirklich eine perfekte Beziehung anfangen zu können, die sich nach zehn Jahren Ehe immer noch so anfühlt, als sei man frisch verliebt. Also, wir sehen uns auf der anderen Seite. Klick drauf. Bis dahin.